Und hier sind sie auf Show! Sie heißt Andrea, ihre Haare sind blau. Ihr habt Verkehr und du gibst es zwar nicht zu, aber sie ist ein Traumbaum. Ist das noch ein Traumbaum? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch ein Traumbaum? Wenn euer Lieblingslied in dem Scherz ist, das hat so den coolen Faktor vor einem Gartentraktor. Ist das noch ein Traumbaum? Glauben nicht! Frühjahr warst du dabei, wenn eine Wanne wartet. Sie ist ja am 1. Mai. Wenn du besuchst zu ihrer Tante, seit es Andrea gibt, kommst du nicht mehr saufen. Hier liebst du Ikea, um euch für die neue Bruder eine Küche zu kaufen. Aber ist das noch ein Traumbaum? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch ein Traumbaum? Das frühe Lieblingslied in den Scherz ist, ich will euch nicht den Spaß verwerben. Aber was das hilft, dafür sterben, ist das noch ein Traumbaum? Erre! Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch ein Traumbaum? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch ein Traumbaum? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch ein Traumbaum? Ich glaube nicht!